Hallihallo und guten Tag, ich möchte Ihnen heute ein weiteres Santinatur-Produkt vorstellen. Es geht um Probleme, die Sie vielleicht kennen. Eines ist dieses, das ist eine trockene Stelle am Ellenbogen, die betroffen sein könnte. Es ist auch dieses, das sind trockene Füsse. Es ist auch dieses Thema betroffen, das sind trockene Hände von der Kälte, vom ewigen Händewaschen, vom Arbeiten im Wasser und das sind doch häufig Themen, die zu sehr trockener Haut führen. Viele Cremes helfen da natürlich, viele sind fettig, viele enthalten verschiedenste chemische Substanzen, häufig wird auch Vaseline und Erdölderivate verwendet und wir waren damit nicht so glücklich und darum haben wir dann vor fast 15 Jahren Kartoffelbalsam Haut, Hände, Füsse entwickelt. Eine pflanzliche Ölwachsgrundlage mit viel Kartoffelsaft. Die Kartoffel hat erweichende, befeuchtende Eigenschaften, das ist wirklich ganz interessant, kann sogar bei Warzen angewendet werden. Und wir haben das kombiniert mit ätherischen Ölen. Es hat hier Lavendel, Weihrauch und Palmarose drin und das führt dazu, dass die Creme A sehr schnell einzieht, nicht fettet, trotzdem ausserordentlich gut befeuchtet und pflegt. Leichte Rötungen und Reizungen reduziert mit dem Lavendelöl und dem Weihrauchöl. Zusätzlich eine ganz leichte, wärmende Eigenschaft hat und so natürlich bei kalten Händen, kalten Füssen sehr angenehm ist. Das schnelle Einziehen führt dazu, dass Sie bereits nach wenigen Sekunden, also ich sage mal eine halbe Minute bis eine Minute, bereits wieder Papier anfassen können und weiterarbeiten können. Und wir stellen fest, Lavendelöl ist ja antibakteriell und entzündungshemmend und hat damit desinfizierende Eigenschaften, dass Sie besonders auch im Umfeld mit Geld, im Verkauf, mit kranken Leuten und so eine tolle Möglichkeit haben, sich ein wenig zu schützen, um Schmierinfektionen, sprich Grippe, Erkältungskrankheiten zu bekommen. Wir sind wirklich begeistert und freuen uns über die vielen Rückmeldungen und die vielen Leute, die das Produkt ins Herz geschlossen haben. Es ist wirklich so, dass insbesondere auch Handwerker, Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, schnell wieder zu funktionieren, das Produkt verwenden. Das ist eine tolle, tolle Möglichkeit und fettet nicht und klebt nicht und duftet sehr angenehm. Kartoffelbalsam, Haut, Hände, Füsse erhalten Sie in guten Apotheken und Drogerien oder direkt bei uns www.santenatur.ch.shop Aber fast alle guten Apotheken und Drogerien der Schweiz führen das Produkt mittlerweile im Sortiment. Ich wünsche Ihnen einen tollen Winter, viel Freude bei dem, was Sie tun und viel angenehme Gefühle, wenn Sie Kartoffelbalsam, Haut, Hände, Füsse im täglichen Gebrauch haben, weil es fühlt sich wirklich samtweich an. vulnische groomer, hallo Koppelbalsam. Und wiederигraue. Wenn Sie mit Ihnen heute auch verhalten, Sie werden gleich damit,